Diese zu veräußernde renovierungsbedürftige 3-Zimmer-Doppelhaushälfte steht in Lechin. Das im Jahr 1920 erbaute Gebäude wird über eine Zentralheizung beheizt. Untertitelung des ZDF, 2020 Auf einer Grundstücksfläche von ca. 584 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 60 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 49.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.